Hallo, PDF-Seiten in Bilder umwandeln. In diesem Video möchte ich drei Tools vorstellen. Ich bin im persönlichen Ordner im Verzeichnis Dokumente. Ich starte ein Terminal und wechsle ins Verzeichnis Dokumente mittels CD Leerzeichen Dokumente. Es gibt eine PDF-Datei namens akta.pdf im Verzeichnis. Als erstes möchte ich das Tool PDF to ppm vorstellen. Dieses Tool verwandelt Seiten von einem PDF-Dokument in Bilder. Mögliche Optionen werden nach der Eingabe PDF to ppm Leerzeichen minus minus help aufgelistet. PDF to ppm Leerzeichen akta.pdf, die PDF-Datei Leerzeichen ppm-Filemuster, zum Beispiel akta, konvertiert jede Seite zu einem ppm-Bild. Im PDF-Dokument existieren vier Seiten, also gibt es auch vier Bilder. Mittels Optionen minus png können png-Bilder erstellt werden und per minus jpeg kommt es zur Ausgabe von jpeg-Bildern. Außerdem existiert noch das Tool PDF to Cairo mit ähnlichen Funktionen. Durch den Befehl PDF to Cairo Leerzeichen minus minus help werden alle Optionen sichtbar. PDF to Cairo Leerzeichen akta.pdf Leerzeichen minus png Leerzeichen akta 2, zum Beispiel, generiert png-Bilder. Ebenso gibt es noch die Schaffungsoptionen minus jpeg, minus ps, minus eps, minus pdf und minus svg. Durch das Tool PDF-Image können Bilder innerhalb einer PDF-Datei extrahiert werden. Das klappt aber nicht immer so gut. Anhand der Option minus f und minus l kann eine Selektion durchgeführt werden, bei allen drei Tools übrigens. Zum Beispiel beachte nur die Seiten 2 bis 4 zum Beispiel. Ciao und viel Glück! Bis zum Beispiel. Bis zum Beispiel.